Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht Michael Hubauer. Ich bin in Neuhaus Sozialpädagoge. Wann hat Ihr Weg beim Land Oberösterreich begonnen? Ja, mit dem 1. März dieses Jahres. Also relativ kurz und neu. Wie schaut Ihr Werdegang aus? Mein Werdegang, nachdem ich schon recht alt bin, ist mein Werdegang schon recht lang, aber war eigentlich nicht so hochinteressant. Ich habe 30 Jahre auf verschiedene Banken gearbeitet, war zum Schluss auf der Oberbank in Oldham Filialleiter und habe mich 2018 entschlossen, den Lehrgang an der FH zu machen und nicht mehr auf der Bank zu arbeiten. Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht man, dass wir einfach viele Wochen, dass ich jeden Tag in die Arbeit gehe und dass jeden Tag neue Herausforderungen sind. ... ...